Musik Hallöchen zusammen Herzlich Willkommen zurück zu Play H2F1 4 Die Jansi-Klicke Hat sich überlegt, sie könnte ja nochmal angreifen, denn ihr war langweich, würde ich mal behaupten Besser kann ich mir das auch nicht erklären Macht aber nix Wir haben euch hoffentlich bald da oben durch Und sagen schon mal Kollegen, kommt mal her Alles mal hier wegmachen Genauso wie Das hier wegmachen Ihr kommt hier runter Ihr kümmert euch jetzt mal um das Problem hier Go Ein sehr, sehr weitreichendes Problem Kannst du sagen, lasst sie aufploppen Lasst sie einfach nur aufploppen, das passt dann schon Ähm, die letzten paar Angreifen, angreifen Hier, der Berg muss vernichtet werden Der Berg ruft Aber sowas von wie der ruft Attacke, Attacke, Attacke Von allen Seiten drauf Ihr seid fertig da oben, sowas von wie der Berg Dann habt ihr auch nichts mehr zu tun Und könnt ebenso nach unten gehen Und bis hier unten angreifen Und bis hier unten angreifen, egal wie Die Erlaubnis Gebe ich euch ohne Probleme So, wie noch mal so schon da Euch hier unten Zehn Stück Warum nutzt Wo ist der Rest von euch? Okay Dorthin 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 So Moment, können wir einmal Wir können ja durchrauschen Okay, ich sehe Ich sehe hier eine Möglichkeit gerade Noch mehr Land gut zu machen Go Du hier Go Du hier Go 1, 2, 3, Armin Ihr habt, das passt Sind wir gut ausgerüstet? Äh, so, ja Hm Könnte besser sein, aber was soll's Dich nehmen wir mit Dich nehmen wir auch mit Seid ihr schon alle da? Nein Und ebenso hier nicht Nein, okay Dann Gas geben LKWs zu wenige Macht nix Japan, wir nehmen dich jetzt auch noch mit ein So Bulgarien weg vom Fenster Okay Warum nicht? Versorgung ist am Laufen Ja Könnte besser sein Könnte aber auch schlechter sein Soddele Immer schön weiter nach der unten angreifen Wie schaut's denn jetzt aus? Ihr hier Durchbrechen Okay, dann andersland, andersland Ihr hier Dorthin Ihr hier alle dort rum angreifen So Passt 25% Wunderschön Volle Kanne Wird's niedergeballert Der Rest auch Weil wir einfach sagen Angreifen Als gäbe's kein Morgen mehr Finde ich gut Wieso? Sehr gut Und wir sagen Bis dann Nanjing Und noch weiter durchrauschen Ich glaube daran Das schafft ihr schon Die letzten paar Meter Sollten keine Hürde für euch sein Ähm Parampampampam Ich hab keine Ahnung wie viel es ist Wir gucken mal Ich wollte gerade schon sagen Ihr müsst nicht unter der grünen Flagge durchrauschen Go, 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 go Ja, es gehört uns Es gehört uns Es ist aber kein Porto Sonst irgendwas Das ist ein bisschen schade Ähm Was macht ihr denn jetzt bitte? Hier Zack Angreifen Bis nach dahin Go Hier Zack Dorthin Bis nach dahin Angreifen Go Hier Zack Bis dahin Angreifen 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 Sattel Passt Sieht's passt und hat Luft Atombomben haben wir gerade keine da Nein Aber Das können wir ändern Hm Wo sind die strategischen Bomben Wo sind die strategischen Bomben untergebracht Da haben wir welche Zack Und zack Das heißt Wir sind noch nicht ganz grün Es fehlt noch ein bisschen was Macht am nächstes Das kriegen wir noch hin Das kriegt man noch hin Ähm Wir bräuchten noch ein bisschen mehr Luftwaffe da drüben 200 nach darüber und darüber Oh wir brechen durch Wir brechen durch meine Freunde Das ist Musik für meine Ohren Wie schaut's hier vorhin aus? Ähm Ja Nicht schlecht Gar nicht schlecht Sogar weiter durchbrechen Immer weiter durchbrechen Ihr kennt es nicht anders Ihr macht es nicht anders Diese vier noch da drüben hin Und wir haben endlich dann gleich unseren ganzen Streifen wieder nur für uns alleine Bombe Bangkok weg Jetzt da Go go und go Das wollten wir doch haben So schnell wie möglich So schnell wie möglich Wir haben sie Wir haben sie Gehört jetzt alles uns Wir können mehrere Truppen einfach mal so eben platt machen Gefällt mir sehr sogar So Als nächstes Bombe Und Bombe Und raus mit euch Wenn wir dann schon mal dabei sind Direkt So und so rüber Und du Direkt hier runterrauschen Ei 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 Das hätte man sonst keine Probleme an der Backe Okay 51.000 Wie schaut's denn aus? Bekommen wir nochmal was von dir? Irgendetwas Irgendwie ein bisserl was Zumindest Ich meine LKWs Die zwei Sachen genau wie man Ja Das geht immer Es ist nicht viel Aber auch Kleinvieh Macht Mist Solle Durchbrechen Ja Die können nichts mehr Komplett alle vernichtet Den gesamten Bereich Für uns so Ja Weil es sonst keiner machen würde Herrliche Natur Okay Wir haben unseren Sektor wieder für uns Meine Güte Okay Wir müssen weiter Gehen Wir sind immer weiter Japan ist auf dem Weg Ähm Normal angreifen Das passt Normal Und normal Bzw. alle normal So Hier hier 300 Flieger Können wir nirgends wohin stehen gerade Ja Das ist Ein klitzig kleines Problemchen An der Stelle Dorthin und dort drüber hin Go 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 Damit wir zum Beispiel teilweise Das Zeug hier irgendwie bekommen könnten Aber nein Nicht mal das funktioniert Ähm Bitte Mach mir hier mal Stufe 6 rein Das wäre ganz wunderbar Könnt man nämlich die Sachen hier versorgen Irgendwie Sonst noch irgendwie Wie etwas können wir Können wir Navy machen Wahrscheinlich hier weniger Ihr kommt bitte alle mal Richtung Richtung Da hingefahren Und ihr kommt alle Richtung Bangkok gefahren Das passt dann schon Müsst ihr uns zumindest teilweise helfen Go 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 400 Ja ist ja gleich gebaut Oder Ne Noch nicht Ein bisschen was fehlt doch immer Attacke Nicht-Attacke Noch nicht-Attacke Sowieso Schaut Wirst du gerade Höher gesetzt Nein. Ach, da unten. Jetzt da. Ich wollte gerade sagen, irgendwo muss es doch zu finden sein. Dich hinstellen, dich hinstellen. Sorge. Sorge für ein bisschen mehr Luft. Das wäre wunderbar. Dann kann man nämlich auch bald meine Bombe hier reinschmeißen. Das wäre sehr, 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 sehr wichtig. Was haben die da oben drauf gerade? Ich habe 300 Flieger. Trotzdem haben sie die höhere Macht gerade. Jetzt nicht mehr. Jetzt da. Ich wollte gerade schon sagen, möchtest du mich komplett vergag eiern? Oder was ist hier los? Noch mehr Aluminium? Jep, auf jeden Fall. Und ich möchte schon mal... Ist überall vollgebaut, das stelle ich gerade fest. Unschön. Hier überall noch Meteor-Fabriken. Das wäre ganz, ganz angenehm. Und wir haben 300 hier unten schon mal. Das passt. Versorgung sollte in Ordnung gehen. Das heißt, ihr solltet eigentlich... Versorgung hat kapituliert. Okay. Können sie gerne machen. Können sie sieben gerne machen. Ich wollte gerade sagen, könnt ihr mal aufhören? Atombombe nur eins. Go. Die andere Rechte so rumgehen. Atombombe nur zwei und gut ist. Bezaubernd. Hätte man den Bereich nämlich auch nicht mal für uns. Wenn sonst nix, das aber auf jeden Fall. Immer noch im Minus momentan. Ernsthaft. Warum? Okay. Müssen wir doch mal welche abbrechen. Auch wenn es lustig ist. Das wird nie was werden, wenn wir so weitermachen. Ja. Abbrechen. Und von ihm her bekommen wir auch nicht mehr so viel. Das wird auch nichts mehr werden. Gezogenen Atri und dich noch. Ja. 17.000 hier und dort ist ja schon mal schön und gut, aber es wird auf Dauer echt nichts. Überhaupt nix sogar. Kannst du sagen, die verjagen wir jetzt von da oben. So schaut es nämlich besser aus. Wesentlich besser sogar. Die Demokratische Partei EDU wurde in der Großföderation des Horns von Afrika zur Regierungspartei. Die Demokratie wurde jetzt von Burak zur Faso Regierung. Bitte was? Was geht denn hier ab? Möchte ich das? Möchte ich das wissen? Nein. Ich möchte es gerade wissen. Lass uns bleiben. Lass uns bleiben. Es gibt Dinge, die sind nicht interessant genug, dass ich mich darum bemühe. So, 300 Stück? Nein. Dorthin und dorthin. So. Versorgt sie alle. Genauso wie du. Zack und zack. Einmal alle versorgen lassen. Dann hat man nämlich hier keine Probleme mehr. Aber auf jeden Fall noch. Wie schaut es denn sonst aus? Versorgung, dicht, 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 leichte Panzer. Den Rest haben wir noch nicht. Aber dazu werden wir schon noch irgendwann mal wieder kommen. So. Wo ist denn der Rest? Ihr seid eigentlich alle hier, wenn ich das richtig sehe. Und ihr seid da hinten. Wir sagen einfach mal, wir hätten einen Koalitionsangriff hier. So. Der soll nach da, nach da, bis nach da unten rüber gehen. Egal wie. Sucht es euch aus. Mir hat gerade sowas von Jacke wie Hose. Sucht es euch aus, wie ihr es haben möchtet. Ich bin gerade mit allem zufrieden. Bautechnisch in Ordnung soweit. Ja, alles in Ordnung soweit. Haben wir es wahrscheinlich noch irgendwelche übrig? Irgendwelche Flieger. Irgendetwas. Wir hätten noch moderne Luftnahenschützung und auch Jäger. Das heißt, Jäger, zack, eins, zwei, drei, vier. Nächsten Transporter. Jetzt zwei, halbiert euch und danach nochmal halbieren. So. Jetzt sind wir ein bisschen zu viele, aber es macht nichts. Das Nischlevel, wo ich gerade sage, ich bin bereits draußen. Und wir können noch sagen, ähm, bam, 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 bam. Ich hätte gern die Transporter noch gerne weg und da dann rüber. Das passt dann. So scheint es eher freundlich zu sein, oder? Yep. Noch haben wir Probleme, aber insgesamt geht es. Ich wollte gerade sagen, Kollegen, es wäre wunderbar, wenn ihr verschwinden würdet. Wir haben immer noch keine 75%. Obwohl wir mit wesentlich mehr Fliegern gerade hier oben drüber sind. Willst du mich verkackern? Was weiß ich, ich meine, wir machen zum Beispiel mehr kaputt auf Dauer. Sage ich auch nicht nein dazu. So, ist sonst noch irgendwas gerade hier drüben? Nein, nichts mehr. Okay, das Horn von Afrika ist den Alliierten auch beigetreten. Sollen sie machen. Sollen sie alle ruhig machen. Ähm, bombast, immer noch nicht. Hier oben aber jetzt bombastisch. Wollte ich gerade schon sagen, da haben wir doch Platz genug für die ganze Aktion hier. Moment, da ein bisschen mehr aufkommen. Hallo? Weg mit den Panzern. Einfach nur weg mit allen Panzern. Ja, wir haben gar nichts. Wir haben doch gar nichts mehr. was Spiel gerade von mir wollte. Sörtel. Nein, da fehlt es wieder ein bisschen was. Warum? Wir machen Materialschaden. Das ist ja auch schon mal gut. Es ist sehr gut sogar. 43 Prozent, 2,1 Millionen. Hm, 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 hm. Ich hoffe, dass bald mal Japan ankommen muss. Das wird nämlich echt unschön auf Dauer. massiv unschön. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Geht es Propaganda aus? Können wir noch ein bisschen was schüren? Ja, das geht immer. Und dann kommt als nächstes nochmal ein bisschen Verbesserung für die Arbeit. Das wäre noch eine weitere schöne Sache. Ja, 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 die andere nach da, die andere nach da. Hier komplett so rüber durch, du so rüber durch und du so rüber durch. Sagen wir sind überall, fast überall grün. Ja, ohne Bombe. Ohne Bombe momentan, ohne uns, muss man leider sagen. Ah, das hat noch gefehlt, okay. Der macht viel zu viel Sinn an der Stelle. So, wir haben euch, wir haben euch nach und nach, yep. Haben wir immer noch Minusse, natürlich haben wir überall noch Minusse. Bis zum Umfallen haben wir noch Minusse, weiter, 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 ebenso, zack. Okay, jetzt Böhmchen mit rein. Ebenso hier, mit einem kleinen Böhmchen noch versehen. Wunderbar, jetzt haben wir es doch geschafft. Wir sind durchgebrochen. Operation Größenwahn hat funktioniert. Ähm, dann bitte diese Strecke hier unten abfahren. Bis dort runter. Go, go, go. Unser A-Zi muss nämlich folgen. Nanjing und Co. muss fallen. Das ist ein Hub, den brauchen wir. Dass wir endlich mal wieder ansatzweise behaupten, Lage sind, uns aufzubauen. Oh mein Gott, ja, danke. Einfach nur danke an der Stelle. 19,50. Wir sind immer noch im Großen Krieg hier. 20 Stück, ja, ich weiß, das ist immer noch ein bisschen teuer. Aber was so ist, zack. Hier nun. Wir sind schon noch im Krieg miteinander, oder? Halt, verkehrt. So müssen wir es gucken. Ja, wir sind immer noch im Krieg miteinander. Nicht, dass es irgendwas falsch läuft. Certainly. Wir möchten von, wer steht denn überhaupt da? Ihr stellt doch hier, ja, ihr steht hier. Go, go, go. Hier, so und so rum. Passt, passt und passt. Yep. Einfache Panzerwägen. Das heißt, hier noch mehr forschen, also forschen, soweit wie es geht. Ähm, dort rüber hin. Hätte man dich nämlich auch so weiter ledigt. Die Koalition soll auch bitte hier rum angreifen. Egal wie, egal wo. Das kriegt ihr schon hin, ich glaube daran. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Die nächsten paar kaputt machen. Ich wollte gerade schon sagen, geht mal hier nochmal durch. Was soll ich gerade sagen? Wird ein bisschen eng, aber dann doch nicht. Nicht ganz. Überrennt sie einfach nur alle. Passt. Genauso wie hier. Rüber, rüber, rüber. Da, lieber noch. Atombombe wird fallen. Mhm. Auch auf die Volontiers. Besonders auf die Volontiers wird es drauf fallen. Und warum kann ich eigentlich hier nicht angreifen? Das verstehe ich ganz und gar nicht, warum das nicht funktioniert. Müsse eigentlich am besten funktionieren, unter allen Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen. So, wir können jetzt hier weitermachen. Direkt dann, nein, immer noch nicht, was? Okay. Ist es chinesisches Gebiet, was ich nicht betreten darf, oder wie? Oder was muss ich mir jetzt darunter vorstellen? Weg mit euch. Achso, jetzt grobe Angriff auf alle Richtungen. Wenn ich es mal nur ähnlich anklicken kann, dann muss das Spiel für mich erledigen. Ich werde gerade fragen, was macht denn dieses eine Feld hier noch? Es ist ganz, ganz unschön, was hier gerade abläuft. Überall Probleme, einfach nur Probleme. Bombelos. Dafür haben wir ja die Bomben. Bombelos. Bombelos. Wurde drei Stück losgemacht. Yep, wunderbar. Bezaubernd. Bezaubernd an der Stelle. Nein, 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 hier runter, runter, runter. Die wird eingenommen, die Insel. Genauso wie ich hier. Da wird alles eingenommen, los geht's, zack, zack, zack. Ebenso hier, zack, zack, zack. Ihr nehmt es nur mit. Hier paar, auch wegbomben. Wird nicht gut geheißen hier. Was bist du denn? Du, Frankreich? Kontrolliert von China. Kontrolliert von China heißt aber auch, kontrolliert, was wir es angreifen können. Eigentlich ja. Weil es nicht angreifen kann, macht es mir gerade irgendwelche Probleme. Keine Ahnung, warum. Keine Ahnung und unschön. Beides zugleich. Machen wir Schaden? Yep. Machen wir viel Schaden? Auf keinem Auge. Ich wollte gerade sagen, komm schon. Ja, was hier los ist. Hier ist doch Krieg. Wir müssen doch eigentlich sowas von Krieg mit allen gerade haben. Und es haut immer noch nicht hin. Okay. Ähm. Du hier weg. Bitte. Angriffsbefehl hier machen. Und Angriffsbefehl hier rüber machen. So. Go, go, go. Ich weiß nicht, wie das immer noch so sein kann. Irgendwo haben wir hier Probleme gerade. So. Du. Abro aufbauen. Zack. Aufbauen und reparieren. Beides. Ich hab das Gefühl, dass wir hier wieder welche brauchen. Oh. Oder nicht. So wie es ausschaut. Okay. Wir müssen uns jetzt alles aneignen, was wir so viel wie wir noch nehmen können. Das nehmen wir auch. Nehmen wir direkt mit. Die gesamte Küste. China, Taiwan, Co. Hier. Alles nehmen wir mit. Auch nicht mehr mit. Ähm. Umkämpft, umkämpft. Das ist nicht umkämpft. Dich nehmen wir komplett mit. Der Rest gerade nicht. Nein. Ähm. Fordern. Alles fordern. Und dann weiter Richtung Küste hier entlang gehen. Das ist gerade wie es nicht mehr wert ist. Das passt. Das passt. Ähm. Volkshobe Indien. Ihr möchtet wirklich hier Japaner vor allem zu haben. Ich hasse euch. Ich hasse euch so sehr dafür. Okay. Fordern. Mitnehmen. Wenn wir dann das Hauptland zumindest haben, soll ich auch nicht Nein dazu. Wie wäre es mit hier, hier, hier. Das ist gute Baufläche. Auf jeden Fall. Dich nehmen wir noch mit. Du, 1000. Nein, 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 nein. Das brauchen wir nicht anfangen. Das brauchen wir nicht anfangen. Ähm. Den Bereich noch ist nicht schlecht. Und dann sagt man noch Shanksie hier oben auch noch mitnehmen. Ja, per damit. 1004. Shanksie. Dich haben wir auch, dich haben wir auch, dich haben wir jetzt auch. Und wir sagen noch 1200. Ach, das ist auch noch ein einzelner Bereich. Na, danke auch für das Gespräch. Okay. Jetzt müssen wir anfangen. Shanghai. Nein, meins. Das meins. Das hier. 800 ist das. Wow. Okay. Wenn ich jetzt dich nicht mache. Das haben wir 1600. 1300. Dann passt es wieder. Nein. Und dich hier noch. Okay. Ich sehe bereits, den Bereich kann ich nicht halten. Aber ich fordere das ein. Das bekommst du zurück. Passt soweit. Und ich möchte noch. Ja, das kriege ich nicht. Fordern. Ich gucke mich jetzt gar nichts mehr davon ab. Nein, nein. Und noch mehr. Nein. Okay. 200 Punkte. Was bekommen wir noch? Chinesische Flotte. Die Kärger. Die Kärger wäre was. 129. Die Hei und die Ryu. Okay. Dann machen wir es noch so. Ich sage nicht nein dazu. Bestätigen das Ganze. Meins. Alles meins. Wir haben einen Flugzeugträger. Wir haben einen Flugzeugträger. Ich glaube ich spinne. Flotte, komm her. Die indische Flotte, die du unter dem Anführer von Herbert ansaft. Erfahrungszugewachs ist schlecht bei ihm. Warum bekommt man dann sowas überhaupt? Geschützexperte. Hier. Du wirst. Du wirst mein Kumpel hier werden. Die Frage ist, bin ich mit keinem mehr im Krieg momentan? Nein. Ich habe zumindest einen großen Batzen hier von einem bekommen. Das ist schon mal ziemlich viel wert. Wir warten kurz mal zwei Tage ab. Das kann man dann beitreten. Sollen sie ruhig. Jetzt sage ich nicht nein dazu. Das brauchen wir nicht mehr. Und wir könnten hier noch ein bisschen was wegmachen. Ja, das passt soweit. Produktionstechnisch. Schaut es denn da aus. Wir sind fast voll an der Stelle. Okay. Kernarmee. Ja. Erb ist in Ordnung. Bitte alle mal hier irgendwie aufstellen. Das ist mir jetzt gerade egal wie. Nebenarmee. Hier drüben aufstellen. Dann schaut es mal, wie ihr am besten was machen könnt. Anhalten. 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 Ähm. Einer von euch noch darüber hin. Und anhalten. So. Ihr müsst alle nichts mehr machen. Bin zufrieden mit dem, was wir erreicht haben. Richtig zufrieden sogar. So. Sowjets. Garnitionen. Garnitionen. Oh je, oh je, oh je. Medium, medium, medium. Die haben geist und haben Hochtol gerade. 10.000 Infanterieausrüstung. Der braucht noch jede Menge davon. Ähm. Können wir vielleicht da nochmal was hochpumpen? Alles sieben reparieren. Gefällt mir. Gefällt mir sogar sehr. Wenn wir schon die ganzen Produktionsstätten jetzt haben. 1, 2, 3. Dann möchte ich bitte hier noch ein bisschen was hinzubekommen. Das wäre nicht mal so schlecht an der Stelle. Ich tue mal auf 1 runter setzen. Und danach müssen wir noch gucken, haben wir den Ressourcen übrig hier? Oh yeah. Dich hier. Und dich hier. Und dich hier. Wir haben viele Ressourcen gebildet bekommen und auch welche ohne. Aber wir werden alles voll zaubern. Bis zur Endlichkeit noch viel weiter werden wir jetzt zu zaubern. Ich glaube nicht, dass wir es zwar ganz schaffen werden, aber was soll's. Wir haben es zumindest mal in Auftrag gegeben. So kann ich erstmal die Abnummer auch. Iwo Jima, ganz wichtig. Sehr, sehr wichtig das Ganze. Genau so wie du hier. Okay, lass mal krachen. Uns fehlen die ganzen LKWs noch. Genau. Wir bauen jetzt gerade 8 pro Tag. Daraus sollten wir irgendwann mal ins Plus reinkommen. Ich weiß nicht wann, aber irgendwann auf jeden Fall. So. Bitte normal die LKWs nutzen. Sonst sieht es nämlich echt böse für uns aus. Der Rest wird auf Dauer funktionieren. Wird sich nur ein bisschen hinziehen. Wird sich nur ein bisschen hinziehen. So. So. Ihr möchtet, dass ich jetzt euch beitrete. Wie schaut's momentan bei euch aus? Ihr seid am verlieren. Ihr seid am verlieren. Ich hab nicht auf das Update gedrückt. Na, was soll's. Ich Jacke wie Hose. Ein bisschen Metall für den Amis holen. Yep. Okay, es reicht bei Weib nicht aus. Das ist Metall. Ähm, Schweden. Yep. Von dir noch ein bisschen was holen. Vielleicht sollten wir noch gucken, wo wir genau unsere Vorräte haben. Mehr Eisen gibt's, wenn ich zum Beispiel hier in Nanjing das Ganze mache. Nanjing, Nanjing, Nanjing. Ich wollte gerade sagen, ich wollte ein bisschen doppelseitig gucken, aber irgendwie, ich finde Nanjing nicht. Doch, hier, Nanjing, da. Bin gut. Sonst noch irgendwo Eisenvorräte? Ja, nicht wirklich. Ein bisschen so, ein bisschen so. Da haben wir schon hochgepumpt. Da passiert nichts. Da passiert auch nichts. Wir sind bereits am Maximum angekommen, wenn ich das Ganze so sehe. Unschön. Massivst unschön sogar und ich möchte eigentlich noch mehr bauen. Das ist das Schöne, ich möchte noch mehr abbauen eigentlich. Okay. Ich muss gerade mal auf die Uhr gucken, nachdem es gerade rum ist. Muss ich überlegen, wie wir mal weitermachen. 20, 22, hei, der Witzker. Ich sollte vielleicht mal eine kurze Pause anlegen. Denn die Sowjets werden auf jeden Fall besiegt werden. Wird nur ein bisschen dauern. Teilstoffverbrauch reduzieren? Ja. Definitiv Teilstoffverbrauch reduzieren. Das wäre gar wunderprächtige Natur. Und sonst haben wir einfach nur das Problem, wir haben keine Rohstoffe. Schweden, können wir bei dir immer auf gut sein. Das wäre noch eine interessante Sache. Beziehungen verbessern. Ja, Peer. Man hat Glück, man hat mal Gandhi, mal funktioniert es irgendwie auf jeden Fall. Können wir noch mal eins machen für den Notfall. Aber so haut es schon mal relativ gut hin. Wir produzieren unsere Waffen. Sind wir ein paar hundert Tage auch durch. Und dann können wir uns überlegen, wie wir am besten angreifen. Wir hätten hier nur noch einen kleinen Effekt zum Einnehmen. Ansonsten die große Wallachei hier nach oben weg. Da müssen wir vielleicht gucken, es sind noch Verbindungen irgendwo zu machen. Wir könnten dich noch verbinden. Dich, ja, mal dich, ja, mal dich, ja, mal auch. Und wir könnten hier oben noch einen Knotenpunkt hin machen. Das wäre noch eine schöne Sache. Genauso wie hier einen Knotenpunkt. Und dann quasi auf Dauer ein Wartespielchen machen. Das wäre noch relativ interessant an der Stelle. Mhm, das können wir machen. Und noch ein bisschen nachputzern. Und beim nächsten Mal helfen wir den Alliierten mit. Bis dato, macht's gut und wie immer. Tschüss.